In diesem Video gucken wir einmal an, was passiert, wenn man Vektoren mit Skalaren multipliziert. Skalare sind dabei Elemente aus dem zugrunde liegenden Körper, bei uns einfach reelle Zahlen. Das heißt, wir gucken an, was passiert, wenn man Vektoren mit reellen Zahlen multipliziert. Und wie bei der Addition ist auch die Multiplikation mit Skalaren komponentenweise definiert. Und um das gut zu unterscheiden zu können, was was ist, bezeichnet man gerne die Vektoren mit dem Pfeil hier, wie wir es kennen, und die Skalare, damit das aus dem Zusammenhang auch sehr gut sichtbar ist, mit so einem griechischen Buchstaben, typischerweise zum Beispiel Lambda. Gucken wir jetzt einmal einen Vektor an, zum Beispiel den Vektor, der uns in Sprint hier hinführt. Also das ist der Vektor 1, 2. Wenn ich den multipliziere mit einem Skalar, zum Beispiel der 2, was soll passieren? Ich multipliziere auf der einen Seite die 2 mit der x-Komponente und die 2 mit der y-Komponente. In dem ersten Fall, wenn ich die 2 multipliziere mit der x-Komponente, kommt entsprechend raus, das ist 2 mal 1 ist 2. Und 2 mal 2 ist 4 für die y-Komponente. Das heißt, der Vektor, der entsteht, ist der Vektor 2, 4. Und ich zeichne hier einmal ein, das ist genau der hier. Und wenn man scharf hinkommt, sieht man, der Effekt ist, wie gesagt, dass wir, wenn wir mit einem Skalar größer als 1 multiplizieren, dass wir dann den Vektor entsprechend strecken. Das heißt, der wird länger. Und das passt auch sehr gut zu dem, was man erwarten würde, weil wenn ich diesen Vektor 1, 2 nochmal an sich selber heranschreiben würde, also quasi 1, 2 plus 1, 2, dann kommt aufgrund der Komponentenweise Addition ebenfalls der Vektor 2, 4 raus. Und das ist auch genau das, was man erwarten würde. Das heißt, wenn ich den Vektor, einen Vektor mit 2, mit einem Skalar 2 multipliziere, bekomme ich genau das raus, was ich auch bekommen würde, wenn ich 2 mal den Vektor aufaddieren würde. Entsprechend auch, wenn ich mit 3 multipliziere, würde ich sie 3 mal aufaddieren und so weiter. Das passt also sehr schön. Gucken wir noch einmal, was passiert, wenn wir das Ganze umgekehrt machen. Wenn wir einen Vektor haben, zum Beispiel den hier. Das ist jetzt der Vektor 2, 4. Und wenn ich den multipliziere mit einem Skalar, zum Beispiel 1,5, dann passiert das ebenfalls komponentenweise. Und das Ergebnis ist eine Stauchung. Der Vektor wird kleiner, kürzer. In x-Richtung und in y-Richtung halbiert sich jeweils die entsprechende Komponente. Wir bekommen also den Vektor 1,2 raus. Und auch das passt wunderbar zu dem, was wir vorher überlegt hatten. Wenn ich ihn mit 2 multipliziere, wird er doppelt so lang. Wenn ich ihn danach mit 1,5 multipliziere, habe ich wieder den Vektor, mit dem ich gestartet war. Auch wenn man es erwarten würde. Also auch hier ist die komponentenweise Definition ganz intuitiv auch die sinnvolle.